So, hier sind wir auf der Strecke und es gibt nicht wirklich viel zu sehen. Hier haben wir einen V160 und eine Bohrung der Baustelle an der Handkante. Eigentlich wollte ich keine Videos mehr von der Handkante machen. Aber jetzt, wo es geruhigt geht, kann man es ruhig machen. Dann keine andere Zukunft.